Willkommen zu meinem Display von Plöck Inc. Jawohl, ich habe es ja schon lange nicht mehr gebracht. Und das war ja irgendwie noch offen, aber irgendwie habe ich die Dateien außerdem gelöscht. Da dachte ich mir, ich mache mal ein neues Spiel. Hmm, Hauptspiel. Äh, also auf Spielen drücken. Machen wir mal vier bis zwei. Bakterie. Bakterie. So, gehen. Rückentwicklung. Lassen wir mal so, so. Fortfahren. Machen wir mal einfach. Lassen wir mal den noch am Paxi stehen, aber ich will mal nennen das, äh, 2015. Ja, Städtgebiet fehlen. Ich nehme natürlich hier immer so. Hier, in dem Bereich, Indien. Mal sehen, ob ich es gefunden habe. Mal sehen, ob ich es gefunden habe. Ja. Ja. Ich bin mal gespannt auf, ob sie Sly auf das Add-On Berlinic sehen. Bin ich schon sehr gespannt drüber. Ja. Ja, dann, äh, bin ich echt mal echt sehr gespannt. Ja, über was soll ich denn reden? Da sind wir dann noch das fräche Problem, was ich seitdem jetzt habe. Ich weiß nicht, über was ich reden soll. Bin dann auch wiederum so'n Typ, ihr könnt den Sound genießen, aber ist er bei dem Spieler nur Musik und ein paar Plopp-Plopp-Geräusche? Ja. Ja, ich werde Ende des Jahres meinen Rechner aufrüsten, dass mein OMS wieder ein bisschen besser läuft, weil auch andere Spiele, auch die neuen Spiele auch spielbar sind. Oder vielleicht auch die hier in Sabote Spiele auch besser laufen. Ja. Und, ähm. Da bin ich mal gespannt, wie das so alles so funktioniert. Übertragung, 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 Über... So, mal sehen, ob der schon Symptom hat. Nein. Fähigkeiten. Übertragung über die Luft. Ah. Ja. Und, natürlich auch damit wir nur sehen, so viel mein JITSCHI-Rechner mitläuft. Also, ich bin mit Windows 10 echt super zufrieden. aber trotzdem mal ein OMSI 2 läuft, naja wenn ich alles runtergeschraubt habe, läuft OMSI 2 ist super, aber ich will auch mal mit der richtigen Ganggrafik spielen, dass man auch alles sieht, so Objekte oder so aber trotzdem, ich werde das X sehen, add-on und dann werde ich das, wenn ich einen neuen Rechner habe, doch mal machen dass ihr das auch schon mal bei mir sehen könnt auf dem Kanal ja das geht ja jetzt richtig krassend hier indian ist krank, so, die sind schon mal krank so, noch nichts machen so, jetzt will ich die Welt krank haben so, B, ah, was weiß ich, ist noch mal Boss beim Spiel oder so, nee Gut sie nix. Ah, die Luft tut ich was. Sehr gut. Erstmal die Felsschönen können machen. Das geht hier so richtig geil ab, Leute. Ich weiß noch nicht ob ich das schon mal erwähnt habe. Das Spiel läuft unter Theme. Ist glaube ich noch ein Early Exit Spiel. Aber wer ein Android Handy hat, kann das natürlich auch auf sein Handy spielen. Aber am PC macht das viel mehr Spaß. Wie viel größer sieht es irgendwie doch geiler aus. Ja. Ich hoffe nicht, dass ich es nicht umsonst da wäre. Ich guck jetzt mal, ob mein Mikrofon an ist. Ja, sieht aus ob es alles ist. Und der Vorteil ist, okay, das mache ich auch beim Handy glaube ich. Das kann ich auch speichern. Ich guck jetzt mal die Felsschönen. Ich guck jetzt mal die Felsschönen. Gut, Deutschland ist auch schon krank. Sehr gut, alles richtig gemacht. Ich guck jetzt mal die Felsschönen. Ich guck jetzt mal die Felsschönen. Ich guck jetzt mal die Felsschönen. Wenn man keine Felsschönen hat. So. Boah, 컬러�ier. Russland... sie waren jetzt alle ganz schnell krank Kanada braucht noch ein bisschen, aber Grönland sind auch nicht gesund Verdammtes Scheiße, ey Wird schon entdeckt? Ähhhhhhhhhhhhhhhhhh Nein, noch nicht Wir sterben schon Leute? Ach, sind wir mal draußen in 1865 So, ich fühl, dass Grönland krank wird Jawohl So gefilm mir das Und gleich lege ich los Ihr seht nur noch ein Liegfahrtentwickler zum Töten Es kann auch schon mal die Überkehr losklingen Ahhhh, gleich Gleich, gleich Und entdeckt? Obwohl noch nicht entdeckt, ist es okay Okay So, jetzt mache ich den noch ein bisschen kaltresistent Ähhhhhhhhhh Gitarren Aus Whatever Ah, das ist krank, und jetzt, ha ha ha, jetzt hast du Grönert. So, jetzt wurde ich, glaube ich, entdeckt, es ist feldspfad aktiv, ok. Jetzt fehlt es natürlich schwer, weil ich die wichtigsten Punkte vergeben habe, aber jetzt kann ich noch nicht eins machen. Wenn die ganze Welt ja krank ist, werde ich das alles zurückentwickeln. Und dann, die Menschen, oder die Menschen halt ausrottet. Komm schon, fällt. Die gesamte Mannschaft ist investiert. So, genau das wollte ich erreichen. Jetzt tue ich Übertragungen zurück machen, dass ich die Punkte habe. Das hier geht zurück. Dann krankst du sie ja alle. Jetzt will ich sie ja... Okay, Symptome. Und jetzt muss ich gucken, dass es so funktioniert, dass sie auch sterben. Ah, ich weiß nicht, dass Italien startet schon. Natürlich in Deutschland ist ja nichts Neues. Okay, jetzt krankst. Okay, jetzt krass. Japan schließt ins Flughafen. Frankreich beginnt zu sauffallen. Wahnsinn. Die krankheit oder die, steht mit dem Heilmittel. Alles klar? Nein. Es ist halt scheiße. schon wieder mach ich was falsch Begriff der Heilung? Ja, das mach ich doch schon Ah, vielleicht wollte ich nicht sehen, ich wollte die Fels sehen Ah, das geht zu schnell Ich hoffe, dass ich schon wieder verlieren Wie geht es denn, wie geht es mal in meiner Folge Ah, packt euch den Keks Man, okay, es rast jetzt auch mal, dass ich sterbe Ich sterbe zu wenig Äh, es war noch ein bisschen Ich muss noch irgendwas haben, um die Heilung etwas zu verhindern Was brauche ich denn sonst nicht für? Ah, das werde ich nicht schaffen Das werde ich schon wieder nicht schaffen Das ist jetzt zum Kotzen Ich sterbe zu wenig zu langsam Ich glaube, ich mache hier von meiner Spezialfolge Wo man die Leute, wo alles geschlossen ist So Flughafen oder die, ähm, Häfen Dass da Stimmung auf die Welt kommt Das ist irgendwie so spannend Oh, das werde ich mal machen Oh, nee Ja Oh, Mann, ey Was ist noch für die Welt? Ich werde ein bisschen schnellen, da Ich werde es in der Zeit 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 Ah ja, das ist mein Alarm. Ja, Freunde, falls euch dieses... Halt die Gusch. Ja, Freunde, falls euch dieses Let's Play gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like da. Ihr könnt mich auch natürlich abonnieren, direkt auf meinen Kanal. Oh, ich werde jetzt mal wieder so einen Link ins Video einbauen. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder, wie ich am Verlienen bin. Bis dahin, tschüss. Ja, Freunde, zurück zum Let's Play von Black Ink. Ich spiele natürlich da weiter, bevor ich aufgehört habe. Ich bin wirklich am Verlieren. Ja. Da habe ich die Aufnahme kurz unterbrochen, das hätte ich aber zusammenfügen. Nee, ich trotte. Aber ich glaube, dass jetzt alles auf ein Video kommen. Das war's. Das war's. Na super, eine Minute ist schon wieder aufgenommen. Ich glaube, das packe ich eben einfach hier rein. Nein! Ah, damit habe ich verloren und zwei Minuten aufgenommen. Das heißt, Grausfolge. Niederlage, ey, ich habe schon wieder verloren. Das ist eine Scheiße. Na super. Ja Freunde, falls euch... Oh Mann, ey, ich packe das in einem Video rein. Ignoriert dann alles so, was ich gesagt habe in der letzten Folge. Dann sagen wir jetzt mal Tschüss. Lasst mir bitte ein Like da und ihr könnt mich auch abonnieren. Ich setze den Link im Video rein. Okay Freunde, bis dahin! Das war's星 1. Wie schütze mich dir jetzt mal mit euch das an, bisschen wie schütze dich. Das war's! Du bist doch nicht. Bis zum nächsten Mal.